Ich bin am Leben. Ich wusste nicht, dass meine Arschbacken Knochen haben, die brechen können. Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Das Brückenkabel. Sieht aus, als wäre es stabil genug. Das werden wir gleich wissen. Nein! Ah! Verdammt! Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Wir tropfen aus Glück um eine Wehr von Pech. Oh, ekel Alarm! Die Wehr von Pech. UNTERTITELUNG Die Hohensöhne sind echt zäh, das muss man ihnen lassen. Der Hubsauber von diesem Penner ist beschädigt, er kommt runter! Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden. Bist du jetzt glücklich? Ja, das Schicksal hat mir ein spektakuliertes Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht könnt ihr diese Höhle zu den Klippen. Ich mag deinen Optimismus. Sie hören, wie riesig das Ding ist. Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern. Ich höre am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. Kannst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt über meinen eigenen Verstand zu behalten. Hey, versuch's mit Blitzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. Ach, wie eklig. Was genau sehen wir hier vor uns? Ich würde sagen, ein Nest. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier raus führt mitten da durch. Verflucht! Stinkt das? Hier geht's nicht weiter. Schreib mir, dass du das warst. Dann würde ich nüben. Die Beine in die Hand! Wir müssen hier raus! Snell! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Katzen wir die Kurve! Was immer dieses Geräusch gemacht hat, sieht sich hoffentlich nicht als Mutter dieser Eier. Okay, was es auch sein mag, es ist sauer und direkt hinter uns! Los, 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 los! Los, komm! Komm schon! Los, komm! Eine einfache Reparatur! Halt dich fest! Das ist echt ein unglaublicher Abetzung! Da gibt's bestimmt ein paar fette Brocken! Das musst du gleich rausfinden. Wir sind zu schwer. Wer wollte stirn ab? Ich will diese Scheiße nicht hören. Vielleicht bin ich da und ist eine riesige Wolke droht, der Verdammt ist. Ray, aus dem Zug läuft Benzin. Schieß! Erledigt. Die miese, fette Übermama sind wir los. Freut mich, das zu hören. Wir stürzen nämlich ab. Nein, 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 nein!